Seit über einem Monat warten wir auf ein neues Update von Assassin's Creed Valhalla und nun ist es soweit. Wir wissen, wann das Update kommen wird und außerdem erfahrt ihr heute in diesem Video, was dort enthalten sein wird. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Ich freue mich darauf, heute mit euch gemeinsam über den kommenden und letzten Patch des Year One Passes 1.4.2 zu sprechen und vor allen Dingen, was wir da bekommen werden. Dementsprechend bleibt dran und bleibt gespannt. Und dabei hat uns die gute Seite Playstation Game Size unter die Arme gegriffen, denn sie haben einen Blick in die Datenbank und Ubisoft hat da einen Eintrag für Assassin's Creed Valhalla machen lassen. Und zwar sehen wir Assassin's Creed Valhalla Update 1.042 Added to Database wurde also am 26. Januar der Datenbank hinzugefügt und wie wir aus der Vergangenheit wissen, ist das immer passiert, eine Woche bevor das Update dann auch kam. Dementsprechend können wir jetzt schon mal das Datum herauspicken, wann das Ganze kommen wird und zwar am 1. Februar ist ziemlich sicher bzw. am 3. Februar. Und was wird da kommen? Naja, wir wissen auf jeden Fall, wie groß das Update auch ist, denn Joe Raptor hat immer unter den Kommentaren gefragt, wie groß das Update ist und Playstation Games hat geantwortet, Medium, Big, 70% Medium. Das bedeutet also, es ist nicht nur ein Bugfix-Update, sondern es ist tatsächlich auch ein Content-Update. Und warum ein Content-Update? Ich meine, das Year One ist vorbei. Was gibt es denn noch, was wir erledigen können? Naja, ganz klar, ihr wisst es, die Mastery Challenges und die Gräber der Gefallenen. Denn es sind dann nur noch im Grunde sechs Wochen bis zum nächsten DLC und das wird wichtig sein. Denn im DLC haben wir aus Leaks erfahren, dass die Walküre eine Arena hat und dementsprechend die Walküre ja storytechnisch auch eine Rolle spielt. Und Hilderan hat nämlich ein Connect zu einer Walküre und in den Gräbern der Gefallenen spielt eine Walküre auch eine Rolle. Und daher sage ich, dass mit dem kommenden Patch natürlich die Mastery Challenges 2.0 und die Gräber der Gefallenen 2.0 kommen werden, um uns auf das dritte DLC Dawn of Ragnarok vorzubereiten. Doch was meint ihr, was wird da tatsächlich kommen bei diesem Medium-Big-Update? Eine Sache gibt es aber noch zu klären, Leute, bevor wir hier gehen. Denn wann kommt die Ankündigung zum Year Two? Und die Year Two ist interessant, denn wir haben jetzt den Januar, Ende Januar. Nächste Woche, im Februar, am 1. Februar kommt höchstwahrscheinlich das Update. Und dann haben wir noch sechs Wochen. Wenn wir jetzt sagen, okay, sie wollen alle fünf Wochen ein Update raushauen, dann lasst uns das mal überlegen. Dann haben wir hier den 8.15.22.1. Das heißt also, im Grunde wäre das die Woche vom 8. März, wo das neueste Update kommt. Das heißt also, das Update 1.5.0 wäre dann Year Two. Aber das Announcement wäre dann eine andere Sache, denn das müsste eigentlich schon vorher stattfinden. Und ich glaube, entweder in der letzten Februarwoche, das heißt also am 22. oder 24. bekommen wir ein Announcement-Trailer oder sowas. Und oder am 1. oder 3. März. Das ist die Frage, wann sie da anfangen wollen, dieses Announcement zu starten. Weil ich weiß noch gar nichts von dem Year Two. Ihr wisst es auch noch nicht. Und ich meine, man muss den Leuten scharf machen, warum es sich lohnt, 40 Euro vielleicht für ein DLC auszugeben oder 60 Euro für ein Year Two Pass. Was da dann am Ende mehr Sinn macht. Und da bin ich gespannt. Doch was ist eure Meinung? Wird da überhaupt so ein Announcement kommen? Werden sie es sein lassen? Und wenn sie es machen, wird es in der letzten Februarwoche kommen oder eine Woche vor dem Release? Ja, das war es auf jeden Fall von meiner Seite zu diesem Video. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was man hier gewinnen konnte in der letzten Woche bzw. letzten Wochen, dann bleibt jetzt kurz dran. Denn die Gewinner von dem Adventskalender Winterkalender Gewinnspiel, die habe ich jetzt soweit alle kontaktiert bzw. bin gerade dabei, die Adressen einzusammeln und dann vorzubereiten. Die Pakete sind alle schon zu. Die werden dann morgen bzw. heute verschickt und dann habt ihr die nächste Woche. Wenn ihr jetzt sagt, hey Pascal, du hattest doch noch ein paar andere Gewinnspiele, die du angesprochen hattest. Ja, habe ich auch. Zum Beispiel die auf 300 Stück limitierte Chaojun Mentor Skilled Chibi Figur. Ja, die verlose ich auch und ich meine, in der Zukunft kommen ja einige Releases und zum Beispiel auf Twitch oder so werde ich dann auch mal streamen dazu. Zum Beispiel zum Ragnarok DLC und vielleicht wird es da das ein oder andere Giveaway geben, wo ihr mit dabei sein könnt. Vielleicht mache ich das aber auch auf YouTube. Dementsprechend lohnt es sich hier auf jeden Fall ein Abo dazulassen, weil dann verpasst ihr das auf jeden Fall nicht. Und natürlich die neuesten Videos zu Assassin's Creed Valhalla verpasst ihr dadurch auch nicht. Das war es von meiner Seite, Freunde. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Drängerdaumen nach oben da und wenn ihr das Abo gedrückt habt, dann natürlich die Glocke aktivieren. Ist klar, dann würde nicht nur ich mich freuen, sondern auch der liebe Eivor. Oder Eivor? Was? Hör ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Meth trinken. Auf das wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor. Bei euch. Zwei. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020